Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man bei Amazon Gutscheincodes einlösen kann. Dafür geht ihr erst mal oben rechts auf euer Profil und drückt nun auf mein Konto und drückt nun auf den rechten Punkt aller Anzeigen. Nun drückt ihr runter und scrollt hier auf den Punkt Geschenkgutscheinguthaben verwalten. Dann drückt ihr auf den ersten Punkt, lösen sie einen weiteren Geschenkgutschein ein und könnt nun hier euren Einlösungscode eingeben und den dann eurem Konto gutschreiben. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.